Ah, so eine schöne Tänzerin. Das gäbe es nur bei KVW, bei der Show-Tanz-Truppe. Ja, ja, schon. Hier steht eine Zeitung, ihr werdet immer gelobt, ohne Ende, sehr unglaublich. Ja, wir sind halt einfach toll. Und du hast auch als Tanzmarieche angefangen in Dahn? Nein, in Dahn ist Tanzmarieche, aber in der Garde. Garde, wie lange tanzt du jetzt schon bei Dahn in Dahn? Seit 19, 20 Jahren. Warst du auch bei der rhythmischen Sportgymnastik? Gibt es auch in Dahn noch ganz zwei? Nein, nein. Da gibt es ja zwei Vereine mittlerweile. Nein, nein, nein. Aber ihr habt ein paar Mädels, die da getanzt haben, oder? Ja, haben wir. Deswegen seid ihr so gut. Was? Oder? Wir können das auch ohne die rhythmischen Sportgymnastik. Das sind die deutschen Meister waren die doch schon und was weiß ich, oder? Ja, wir können das aber auch ohne die rhythmischen Sportgymnastik. Und du wohnst noch in Dahn? Ja, teils. Studentin. Wie ist so das Studentenleben? Toll. Viele Partys, viele Männer. Ja, ich arbeite. Du arbeitest noch nebenbei? Ich arbeite. Äh, man, 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 man. Am Wochenende immer noch zu Hause. Ja. Und dann freust du dich auf den Umzug? Klar. Auf dem eigenen Wagen habt ihr ja? Natürlich. Tanz der Vampire. Wow. Die Showtanzgruppe. Ein bisschen Werbung mache, ja. Hast du ein geiles Kleid an, oder? Ja, natürlich. Oder bist du kalt? Ja, ich habe ein Kleid an. Da sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall. Sind alle auf den Umzug, guck mal. Der wird total toll dieses Jahr. Es ist super Wetter gemeldet. Ja, und ihr habt eine neue Strecke, oder? Wie sieht es da aus? Die Baustelle optimal jetzt an Fasching noch. Wahnsinn. Ja, ein bisschen Umleitung. Aber der Zug wird kürzer, oder länger? Kürzer, leider. Kürzer? Mhm. Boah, es ist ganz kalt hier. Sie zittern ohne Ende. Das ist unglaublich. Das Lampenfieber schon für den Auftritt. In Ludwigswinkel, gell? Ja, die Gatte tanzt in Ludwigswinkel am großen Montag. Aber du nicht? Ich nicht, nein. Okay, deine Grüße. Ich grüße alle, die heute Abend Kolfer haben und gearbeitet haben und die auch nächste Woche im Zelt noch arbeiten. Ja, dann auch viel Spaß. Danke.